Nummer 5 Das günstigste unserer Auswahl, das auch durch sein kompaktes und ergonomisches Design besticht, das ihm eine bessere Benutzerfreundlichkeit verleiht. Außerdem können Sie Ihr Modell aus einer breiten Palette von leuchtenden Farben auswählen, die zu Ihrer Reiseausrüstung passen. Auf der anderen Seite ist eines der bemerkenswertesten Attribute dieses Satellitentelefons sein 2,3-Zoll-Touchscreen, der Ihnen einen klaren und vollständigen Überblick über alle Funktionen bietet. Es verfügt über ein rundes Tastenfeld mit 10 Tasten, die einen schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglichen. Schließlich ist es gut zu wissen, dass Sie nach dem Kauf dieses Geräts kostenlosen Zugriff auf die Gamin EarthMate App haben. Von der Sie kostenlos Karten der Welt herunterladen können. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Wir befinden uns in der Gegenwart eines intelligenten Satellitentelefons mit einem 5,2-Zoll-Touchscreen, das das konventionelle Design hinter sich lässt und ein erneuertes und modernes Erlebnis bietet. Tatsächlich kommt es mit dem Betriebssystem Android 7.1.2, hat Steckplätze für zwei SIM-Karten und empfängt GSM- und SAT-Abdeckung. Dieses Modell rühmt sich damit, das widerstandsfähigste Satellitentelefon der Branche zu sein, da es über den Härtegrad IP67 verfügt, der es in die Lage versetzt, Stößen, Vibrationen, extremen Temperaturen, Staub und Wasser zu widerstehen. Ideal für Wanderer, Entdecker und alle, die an extremen Orten arbeiten. Schließlich ist noch der Leistungsstärke-Akku dieses intelligenten Satellitentelefons zu erwähnen, der bis zu 11 Stunden ununterbrochene Sprechzeit und 100 Stunden Standbyzeit bietet. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3 Wir geben dem Iridium 9575 Raum, einem der Satellitentelefone, das den besten Telefonservice der Welt bietet, mit einem globalen Gutschein über 300 Minuten, der ein ganzes Jahr lang gültig ist. Darüber hinaus ist es bis heute das einzige Satellitentelefon mit Notdienst, das vom GEOS International Emergency Response Coordination Center unterstützt wird, und das ohne zusätzliche Kosten. Ebenso ist dieses Produkt in der Lage, mehrere Wi-Fi-Hotspots einzurichten, um eine stabile Verbindung zu Ihren mobilen Geräten, wie Laptops oder Tablet, herzustellen. Sein GPS-System wird durch die LBS-Technologie unterstützt, die es Ihnen ermöglicht, die Koordinaten Ihres Standorts schnell von überall auf der Welt zu identifizieren und zu teilen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Es ist ein Satellitentelefon, das sich durch eine sehr intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auszeichnet. Außerdem ist es klein und kompakt, wodurch es leicht mit einer Hand zu bedienen ist. Es hat eine sehr widerstandsfähige Struktur, die den Witterungseinflüssen standhalten kann. Zusätzlich ist eine Prepaid-SIM-Karte mit 75 Gesprächsminuten und einer Gültigkeit von 60 Tagen im Paket enthalten, die innerhalb von 6 Monaten aktiviert werden muss. Es ist erwähnenswert, dass dieses Gerät über Innovationen wie eine integrierte Freisprecheinrichtung und verbesserte Text- und E-Mail-Nachrichtenfunktionen für eine komfortable und stabile Kommunikation verfügt. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 1 Eines der vollständigsten und zuverlässigsten Satellitentelefone Da es eine breite Kommunikationsabdeckung und eine höhere Geschwindigkeit zur Kontaktaufnahme mit der Außenwelt bietet. Tatsächlich können Sie in nur 45 Sekunden von jedem Punkt der Erde aus eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen, einschließlich der Pole. Darüber hinaus ist dieses Modell für extremste Umweltbedingungen ausgelegt, da es bei Temperaturen zwischen minus 20 und 55 Grad Celsius arbeitet. Es hat außerdem eine Feuchtigkeitstoleranz von bis zu 95 Prozent und ist Stoß-, Staub- und Spritzwasser geschützt. Mit dem Telefon können Sie Textnachrichten, E-Mails, Web-Nachrichten und klare Anrufe an jedes Mobil- oder Festnetztelefon der Welt senden und empfangen. Außerdem verfügt es über eine SOS-Taste, die im Falle eines Unfalls ihren Standort an Rettungskräfte senden kann. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon.